Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute Morgen ist die Sonne um 5.28 Uhr aufgegangen und sie geht auch wieder pünktlich um 21.27 Uhr unter. Glaubt mir, daran gibt es nichts zu rütteln. Das bedeutet, heute ist der längste Tag im Jahr. Ab morgen werden die Tage wieder kürzer. Ihr könnt schon lachen. Der Winter kommt schneller als ihr denkt. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017